Temut-Arakan ist eine antike Stadt an der Straße von Kertsch, der Verbindung zwischen Schwarzem Meer und Asowschem Meer. Sie lag auf der Taman-Halbinsel, in der heutigen Region Krasnodar, etwa gegenüber von Kertsch. Im heutigen Russisch steht der Begriff Temut-Arakan für entfernte oder obskure Provinz. Griechische und jüdische Handelsstadt Die Stadt wurde an der Stelle der antiken griechischen Kolonie Hermonasa gegründet, einige Kilometer westlich von Phanagorie. Der größeren thienischen Stadtkolonie Mit diesem und Pentikapajon zusammen war Hermonasa eine der wichtigsten Handelsstädte des Bosporanischen Reichs, seine griechische Kultur war. Samatischen Einflüssen ausgesetzt Hermonasa wurde wohl durch die Hunnen zerstört, aber schon bald kamen neue Siedler dorthin. Im 7. Jahrhundert fiel die Region an die Chasaren, die die Festungsstadt Turmataka erbauten. Arabische Quellen nennen die Stadt Samkash-al-Jahoud, was auf eine jüdische Mehrheit hindeuten könnte. In manchen Quellen heißt sie auch Samkash oder Samkush. Mit einer starken Ziegelmauer befestigt und für einen guten Hafen bekannt, war Samkash eine große Händlerstadt. Sie kontrollierte einen Großteil des nordeuropäischen Handels mit dem Oströmischen Reich und dem Nordkaukasus. Unter den Einwohnern waren Griechen, Armenier, Slaven, Juden, Osseten, Leschier, Georgier und Scherkessen. Auch nach der Zerstörung des Schasarenreichs durch Svejatos Lafib von Kiew in der Mitte des 10. Jahrhunderts lebten Schasaren in der Gegend. Der Mann Gillesbrief von 4746 am nennt unseren Herrn David den Schasarenfürst, der in Taman lebte und von Boten der Kiva R. US besucht wurde. Die ihn wegen religiöser Fragen konsultierten ostslawisches Fürstentum. Obwohl Datum und Umstände der Übernahme Temutarakans durch die Kiva R. US unbekannt sind, erwähnt die Hypatius-Chronik Temutarakan unter den Städten. Die Wladimir Punkt seinen Söhnen gab, demnach kam die Stadt vor 1015 unter russische Kontrolle. Der russische Name der Stadt Temutarakan leitet sich ab vom türkischen Tamantakan, dies könnte ursprünglich ein Titel oder Rang gewesen sein. Wladimirs Sohn M. Stislav von Tschernigo war Fürst von Temutarakan von 988 bis 1036. Während seiner Herrschaft wurde die erste steinerne Kirche errichtet, von der noch Ruinen existieren. Die Kirche war der Gottesgebärerin geweiht. 1066 wurde Fürst Rostislav Wladimirovich von Temutarakan von einem byzantinischen Beamten vergiftet. Danach gehörte die Stadt Svejatoslav II. Jaroslavitsch von Tschernigo und danach dem Großfürsten von Kiew, W. Zewolodi, Jaroslavitsch. 1079 ernannte Svejatoslav einen Gouverneur, der zwei Jahre später von David Igorewitsch und Wuludarostislawitsch getötet wurde. Die beiden besetzten die Stadt, wurden aber von Oleg Svejatoslavitsch vertrieben, der aus dem oströmischen Reich gekommen war. Sich nun zum Achond von Schassarien ernannte und die Stadt zu seiner Hauptstadt machte Niedergang. Im 12. Jahrhundert wurde die Stadt durch die Kumanen vom eigentlichen Russland isoliert und begann zu verfallen. Die letzte Erwähnung erscheint in einer Schrift aus dem Jahr 1378. Die Region um die Stadt war Teil des genoesischen Protektorats Kassaria, zentriert auf die Stadt Kaffa, das heutige Feodossier auf der Krim. Das Gebiet wurde von der Familie Gesolfi verwaltet. Im Jahr 1482 wurde es vom Giraykanat erobert. Während des größten Teils des 17. und 18. Jahrhunderts wurde das Gebiet von den Kosaken beherrscht. Die ihr Zentrum in der nahen Stenise Taman hatten, wurde das Gebiet russisch. 1792 wurde die Städte von Timu Tarakan entdeckt, als ein Bauer einen Stein mit einer Inschrift fand, die besagte, Dass Prinz Gleb 1068 die Entfernung von hier über Kertsch bis zum Meer gemessen hatte, im 19. und 20. Jahrhundert wurden Ausgrabungen durchgeführt. Zitat 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 Untertitelung des ZDF, 2020